Wenn Fans irgendwie was anfangen mit Köhle oder ihr in der Mannschaft, unterhalten sie euch da? Wenn das ganze Stadion jetzt so schreift, wie hat der VfB oder 1893, siehst du gerade ein riesen neuer Schlagthof vom VfB von den Fans. 1893, und wie geht es weiter? Hey, hey. Nee, das ist klar. Es gibt ja mehrere Lieder, wo du gesagt hast, was du zu achten. Von daher, dass alles was mit VfB zu tun hat und positiv ist immer drin. Ja, dann warst du es eigentlich von meiner Seite aus. Ich habe hier nochmal ein kleines Gastgesteink für dich. Den kannst du öffnen über Weihnachten oder Neujahr. Die säuft am Sonntag nach Bayern. Oder am besten, nehmen wir mit und ihr feiert mit der... Hab's mal geschafft. ...in Berlin-Pokalsieg. Das ist mein persönlicher größter Wunsch. Und ich persönlich wünsche dir halt jetzt auch, dass du schnell wieder fit wirst. Dass du schneller beibeinkommst. Das ist ja doch schon. Am Sonntag am besten ein Doppelpack. Ich frage mal langsam an, dass du das Spiel findest. Und ja, die Kals. Wir sind sogar im Stadion. Mitten drin, ich habe nur dabei. Gute Wunsch und dann haben wir Ihnen viel, viel Erfolg. Vielen Dank. 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 Der Mann von der Presse hat gesagt.